Warum bis heute keine Sanktionen gegen Saudi-Arabien? Der Jemen wird seit März 2015 von Saudi-Arabien gegen jedes Völkerrecht bombardiert. Von den westlichen Medien ignoriert, wurde in diesem Land die Infrastruktur zerstört. Mehrmals wurden gezielt Krankenhäuser zerbombt, das Gesundheitssystem steht vor dem Zusammenbruch. Hunderttausende sind unterernährt, darunter mindestens 462.000 Kinder. Alle zehn Minuten stirbt ein jemenitisches Kind. Der Gesundheitszustand von Kindern im ärmsten Land des Nahen Ostens war niemals so katastrophal, wie es heute der Fall ist, sagte Mericel Erelaño, UNICEF-Vertreterin im Jemen. Weshalb prangert kein westlicher Politiker dieses humanitäre Desaster an? Weshalb werden immer noch keine Sanktionen gegen Saudi-Arabien, dem Hauptaggressor dieses Angriffskrieges, gefordert? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.